Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Survival Games heute bin ich mal alleine ohne Speedy und jo ich hoffe ich werde nicht wie immer so sterben und wenn ich hier Survival Games 7 äh 4 ist die Map und ja 3 2 noch nie ich hoffe diesmal bekomme ich überhaupt was beim Start so wie immer und meistens ja ist doch immer was hier naja ja nur Fleisch und Gold Gold ich weiß gar nicht das beste aber egal ich glaube ich kann auch schon so gut klauen also hoffe ich auf jeden Fall ja jetzt gehe ich mal kurz auf Thronjagd wo nur ein 20 Spiel hier ist gerade überhaupt nichts los hier aber egal aber ich weiß wo eine Truhe ist ich weiß wo eine Truhe ist ja ich weiß wo eine Truhe ist ich glaube ich mache noch eine Survival Games Reihe manchmal mit Spiel und manchmal nicht aber ja welcher dann sehen wir eine Zeit hat oder ich Zeit habe und ja ja Schlagstecker Bogen Brot Schuhe ja ja russfleisch läuft ich meine gleiche Schlagstecker verprügeln ja gut da war keine ne nur auf halfes ein oder ja 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 das ist auch schon leer fürchte ich jetzt mal ein bisschen und einfach ein bisschen so langweilig hier nichts zu tun ich glaube ich gehe mal ein bisschen auf Action wenn ich mal überhaupt einen finden aber schon sieben Spiele nur noch also ich hoffe dass ich jetzt auch ein Schwert bekommen oder so weil sonst habe ich schlechte Karten ich habe mir jetzt nichts gebracht um hin zu kommen aber wahrscheinlich waren ja schon welche sind mir aber nicht sicher aber ja geil ja sind die Hauptkisten drin sieht nicht so aus ach es ist mir nicht so geil wo wird aber das ist Logo dies wäre natürlich da das ist das ist das ist rüberkomm ich nur eine oder so ohne wenn natürlich mies hier war wahrscheinlich sowieso schon einer so gehe ich davon mal von aus und ja aber nicht weiter zu gucken muss immer so ruhig und das bg einfach kein thema irgendwie und genug essen habe ich ja einen Bogen und eine Pfeile ich nicht gerade das Beste aber 60 Sekunden war doch eine Kiste drin ja ja dir nicht schlecht wäre besser wenn ich jetzt noch einen zweiten hätte aber die Stücke habe ich ja schon mal ich meine hier war auch eine Trügerin ne oder nicht das ist mir auch dann egal aber das wäre eine richtig gammelrunde hier aber trotzdem macht es von und davon ist einer voll iron gehe ich lieber nicht drauf die sowieso deathmatch wehren wehren hallo ging die Dekker auf mich nun im Alli-Schwetter der Fallschwetter aber ich nicht nur so billigen Schlagstock hier genau war klar tschüss Freunde das war nicht so ne gute Runde nur mit dem Schlagstock und Deathmatch bekommen ja und tschüss bis zum nächsten Mal ja ciao